Ich dachte, ich kann hier Räuberleiter spielen und du gehst hoch, aber nein! Hey, Leo. Was ist denn, Fred? Ich habe etwas Besonderes für dich zu lesen. Ich hoffe, du magst es. Ich werde sicher. Jetzt mache ich die Schüssel kaputt. Mach mal schneller, da kommt gleich eine Wache. Du solltest vielleicht dann aufhören. Aufhören, aufhören! Hey, was machst du? Ich habe den Knopf nicht getroffen. Kann ich der Dude das Werkzeug nehmen? Nein. Okay, guck. Ja, Moment, ich muss erst mal dorthin. Fang schon mal an. Ja, also die Wache ist gleich da. Moment, ich weiß nicht, wie ich mit der interagiere. Du solltest abbrechen. Ich weiß nicht, wie ich das von der Zeit verplanen soll. Okay, geh weiter. Warte, 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 warte. Oh mein Gott, wie wir das machen. Ich muss halt echt im Kreis drehen. Hör auf, hör auf, hör auf. Okay, geh wieder ran. Mann, 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 Mann. Oh mein Gott. Neu! Ich tipp mir doch einer ab. Ich sag das eher, dass das kein Mensch hört. Ähm, Achtung auf, hör auf. Wach auf deiner Seite, den kann ich nicht ablenken. Ja, schade. Was klutscht denn? So, hopp, mach. Weck du jetzt so. Noch, noch nicht, noch nicht. Abbrech. Also, der kommt wieder zurück. Hör auf. Ja, Herr. Ich werde nur eine Leak nehmen. Oh mein Gott. Ja, mach wieder. Aber mach schnell, weil jetzt kommt die Wache gleich wieder auf meiner Seite. Okay, die Wache auf deiner Seite kommt wieder. Okay, abbrechen, abbrechen. Kann ich nicht. Oh. Ja. Irgendwas mit dir. Ja, aber warte. Erstmals kommt erst mal die Wache. komm hier! Ja. Ja. Dann musst du jetzt gucken. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ey, das ist schrecklich. Na, schneller. Robi, da musst du fähren. Machst du bald ein Klo vorne dran? Komm. Ich glaub's ja nicht. Hast du Meißel versteckt? Ja, ja. Alles gut? Alles gechillt. Pasch schon. Go to bed, Inmate. I don't wanna sleep, just leave me alone. Ja, dann warte ich, bis der auch weg ist. Nett. Oh, der interagiert mit mir. Nein, mach nett. Das ist jetzt. Du kannst es später aufheben vielleicht. Weil jetzt ist es ganz praktisch. Jetzt ist der andere gerade weg. Also eigentlich ist es ganz gut, wenn er gerade wieder abhaut. Ich bin nicht leid. Ich bin nicht leid. Und los. Schneller. Ja, ich mag ja schon. Du musst das im Gräs drücken. Das ist voll krass. Ich glaub, Controller hätt man's doch auch schließen. Wär das zum Beispiel älterer mit dem Gräs drehen. Schneller. Ja, hab ich ja so lang gebraucht. Fischer. Meiner kommt. Ja, ähm. Du hast genauso lang gebraucht. Ja, ja. Das ist nur ganz anders vom Zeitlichen her. Ja, ich habe denะ zu mit. Ja, da könntest du wie ich. Ich hab den einfach so lang gebraucht. Ich hab den einfach so lang abgelenkt. Du musst spüren. Sie sind mit die Eins auf dem Stopp bergen? Ich bin wach. Ja, aber ich glaub, die einzigen die wach sind. Na, die PC-Steuerung ist wohl unvorteilhaft. Ich guck mal auf der anderen Seite, ich guck, wenn der wieder zurückkommt, vorbei ist. Los! Was sagt deine Wache? Ja, lenk ihn ab dieses Mal, lenk ihn ab. Sobald du weggehen kannst, lenk ihn ab, lenk ihn ab, mit E, glaub ich, und dann kannst du ihm was fragen. Was sagt die Wache auf der anderen Seite? Steht noch ohne. Ich seh ihn nicht, ich seh nur die Lampe. Ja, ich muss jetzt hier einen abtippen. Schneller! Ich mach ja, ich mach ja, ich mach ja! Meiner kommt, deiner immer noch nicht. Ich mach wieder zu, brauchst du nicht ablenken. Und los! Ich bin durch. Bei dir fehlt's Klo. Mal davon abgesehen, wo geht die Spülung vom Klo hin. Genau dorthin. Ja, aber wie? Wir könnten es einfach vorklappen. Bei dir fehlt's Klo. Das ist schon ein Grafikfehler. Jetzt ist es doof. Aber Quatsch, das Klo kann man bestimmt noch hervorziehen. Oh, it's disgusting. Ich sehe schon wieder so einen komischen gelben Punkt. Wo? Da, da. Halt mal die Hand rein, da kommen wir dann durch. Okay. Lea, ich brauche ein paar Hilfe hier. Oh, will ich die Tür damit knacken oder was? Vendilator. Ach so. Vendilator ist doch hier, oder? Ach so. Ja, ja. Ja. Ähm. Ja. 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 Ähm. Ja. Ja. Ja, wir machen. Ja. Ja. Over here. Check this out. What are you thinking? I'm thinking sheets. Alright, let me hear it. Okay. We need to find a way into this room. Once we do that, we can get the sheets in here. Sounds easy enough. Problem is, they don't allow inmates in there. You think we can sneak in somehow? Yeah. But we're gonna need to get a hold of a laundry cart. Once we have the cart, one of us has to hide in it. Then what? The guard will inspect it, and then go to the back room. What do you mean, they're gonna inspect it? Don't worry about it, they don't look too hard. As long as we're covered in some sheets, we should be fine. Okay. You must run into the Laken. I have to tell you. No. Let's go. Hey Guard, can I ask you something? I don't have time for you. I'll wash something. I've turned the washing machine on. Well, first, I'll go to a strip club. Then, I'll go to another strip club. And, to top it all off, I'll go to the best strip club in town. The blue one. Alright. Good luck. Thanks. And? Are you ready? No. No. You're wrong. I'm just going to wash the washing machine. The way are you. You are the first with the washing machine? I could use one of them carts back there. The way in the area. Name a number please. Vincent Moretti. Three, four, six, five. Vincent. Vincent. No. There's no Vincent here. Sorry. You must try here a car to buy, I won't get one. Hey. Hey. I need a laundry cart. Oh, can I have your number, please? What do you need that for? It's rules and regulations. Nothing I can do about it. Just a cart, man. I need your name and number. What a dumbass bunch of shitty rules you got. Rules are rules. Whatever, man. Sorry. Hast du ihn bestochen? No. Hey. I need a laundry cart. Oh, can I have your number, please? What do you need that for? It's rules and regulations. Nothing I can do about it. Just a cart, man. I need your name and number. Hey, can I help? Nah, but I wish you could. You sure I'm not on the list? What's your name again? Leo. Uh... It's not here. Oh! Oh, get over here, you idiot! You idiot! Now, let's get that cart. I'll leave you two. Thanks, man. So, we're doing it. Damn, it smells like shit in here. Shh. Keep your voice down. Sure, but it smells really bad. Just suck it up and keep quiet. Yeah, yeah, yeah. But still, the smell, man. Shut up! I'm sorry, it's just a lot of heat. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry. Yeah, yeah. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Ja, werfen wir noch ein bisschen mehr hin. Meine Güte, jetzt muss ich da auch noch was zau... Du wolltest nicht nennen. Okay, wir sind alle bereit. Auf dich selbst. Schlimm. Bei der Wache. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, wir sehen, was wir hier haben. Okay, sieht gut aus. Geh weg. Ähm... Okay. Time to get rid of that guard now. Was macht der mit mir? Ja. Ich weiß nicht. Was mache ich jetzt damit? Ich weiß es nicht. Ich schmeiß gerade Sachen in die Waschmaschine. Mit Vincents Hilfe komme ich da hoch. Jetzt mache ich mit dem Lagesalon. Laken, Stähle. Ich muss hier gerade erstmal gucken. Ich muss hier gerade erstmal gucken. Ich muss die Waschmaschine hier kaputt machen. Ich schlage gerade schon mal Laker. Ja. Es ist lockt. Ich weiß nicht, wie ich zu dir komme. Ich mache da einfach die Tür auf. Tür ist auf. Aber da steht der Polizist. Jetzt komm 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 komm. Bring noch eine Lage mit. Da ist die Wand. Jetzt müssen wir die Schäte reinlegen. Hey Vincent. Gib mir die Schäte. Auf. Wie viele braucht? Oh. Nein. Also anscheinend genauso viele, wie wir auch gebraucht haben, um dich zu verstecken. Mhm. Hani.